So, und hier jetzt erstmal vorne weg. Leider fehlt in diesem Stück so ziemlich eine halbe Folge oder so, da ich mir ein neues Betriebssystem aufgespielt habe und dabei leider vergessen habe, die alte Folge mit rüber zu kopieren auf meine Backup-Platte. Deswegen fehlt jetzt leider die halbe Folge, was wir da gemacht haben. Wir haben einen großen Feiglöcher von der alten Feder im Brunnen erhalten, dann sind wir durch den Wald, haben einen alten Igor gefunden, der uns dann das Tor zum Friedhof geöffnet hat, wodurch wir dann in das Grab der Königsfamilie gelangt sind. Also, alles in allem, nicht so viel passiert. Nö. Egal. Jedenfalls geht es jetzt weiter mit der normalen Folge, die ich danach aufgenommen habe. So, Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Zelda nach einer wirklich langen Pause. Was daran liegt... Moment. Äh, lass mich. Äh, was daran liegt, da meine Grafikkarte leider den Bach runtergegangen ist. Das heißt, ich musste erstmal warten, bis ich mir eine neue Grafikkarte holen konnte. Und das hat leider etwas gedauert. Ja, mit Schule und all dem, was noch dazwischen lag, konnte ich das leider nicht so schnell erledigen. Im Moment habe ich leider auch noch... Äh, was geht bloß? Äh, eine Menge zu tun. Deswegen werden die Folgen wahrscheinlich nicht täglich kommen. Ich hoffe, ihr habt dort Verständnis. Und ne, wir sind hier gleich am Abkacken, wie es aussieht. Ich würde mal sagen... Äh, wir sehen mal, ob es draußen vielleicht ein paar Herzen gibt. Na, komm. Na, das geht ja schön los hier. In Marin und schon sind wir gleich am Sterben. Hö, was, nein! Äh, ja. Geht ja schon mal super los. Äh, speichern wollen wir speichern. Und mal zurück. Äh, zurück weiter. So. Äh, Schlüssel haben wir noch. Wo kann ich jetzt sehen? Hier, bis nicht mehr. Kann mich wieder ein Geist hören. Kann gar nicht. Erinnern, ist schon wieder so lange her. Bestimmt einen Monat oder so. Äh, Moment. Und, nein, nicht die, die. Ein bisschen schwer mit den neuen Controller jetzt. Mein Alter ist ja auch vollkommen im Arsch. Bei mir geht alles kaputt. Fragt mich dich, wieso. So, wo krieg ich denn jetzt Herzen her? Hab ich nicht ne Fee? Ne. Jo, dann probieren wir es einfach mal mit drei Herzen. Komm, rumzulaufen. Bringt jetzt oh nix. Einfach mal durchrushen hier. Scheiß, wer wird auf Gegner? Ich hoffe, die ganzen Einstellungen sind auch in Ordnung. Da ich mir mit der neuen Grafikkarte auch gleich mal ein neues Betriebssystem aufgepackt habe. Deswegen hoffe ich, die Kontrolls hier sind alle in Ordnung. Alter, der Piepen geht ja auch auf den Sack. Hü, hü. So, Schlüssel. Kleine Schlüssel halten. Ja, synchronen Stimmen kann ich ja auch alle nicht mehr, wenn es alles so lange her ist. So, was ist hier? Die selbe Kacke. Geht doch. Na, so weit so gut. Bis auf den einen Abstürzer. Wo ist Zimmer denn jetzt hier? Hü, nein! Alter, ihr könnt mich doch nicht so erschrecken. Das gefällt mir nicht. Es wird Licht! Nein! Brenne! Nein! Du Sack! Speichern! Weiter! Bitte sagt mir nicht, dass wir die Schlüssel wiederholen müssen. Na, so ist kommschön. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich, da ich ja immer im Voraus aufnehme, habe ich ja immer so eine halbe Folge im Speicher zu liegen. Ich hoffe, dass die jetzt schon auf YouTube liegt und nicht mit meiner alten Festplatte den Bach runtergegangen ist, weil das wäre dann echt... Mann, ey, Alter! Scheiße, wollte ich sagen. So, das geht mir jetzt schon weit, ich gehe raus und höre Herzen. Ich gehe nicht weiter, bevor ich... Nö, ich... Ey, Alter. Bevor ich keine Herzen habe. Was du Herzen... Man... Sprachherzen... Ja, kann ich ja auch gleich umbenennen in Let's Fail. stirb! Irgendwie raffe ich heute gar nichts. Lass mich in Ruhe. Gib mir Herzen. Ja. Abenteuer. Hey, danke. Mensch, hätte ich jetzt nicht gedacht. Stirb! Du widerliche Gestalt! Mögest du niemals wiederkommen! Ich hoffe, wir müssen jetzt der Drehzahl nicht nochmal machen. Laserstrahl! Och nö! Also. Links. Ich hoffe, ich werde jetzt das erste Mal richtig. So, jetzt sind wir links. Uh! Wie vorher. Also links. Ähm. Geister. Seh dich! Wie am Anfang. Na, klasse. Der Anfangschild habe ich ja nicht gesehen. Also. Ich glaube mal oben. Rechts. Ah, ich wusste es. Wie auf dem vorletzten Schild. Das war wie am Anfang, also oben. Ey, wer hat es geschafft? Wer hat es gedacht? So, jetzt mit voller Energie stürmen wir das... Äh, ab der Königsfamilie. Jo, also worauf ich vorhin hinaus wollte, bevor wir tierisch abbekratzt sind, ist, dass eventuell eine halbe Folge oder so fehlt, da ich vergessen habe, die zu speichern. Dann hoffen wir einfach mal, dass es nicht der Fall ist, weil das sonst recht fragisch wäre. Kann jetzt leider auch nicht auf YouTube checken, da ich... Äh, ich brauche eine Ausrede. Da ich im Moment aufnehme. War ja klar. So, jetzt aber. Wie? Schon da? Günnt. Kind, dass du versuchst, meine Erwin Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav. Gans. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja. Das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Glückstag, mein Gehalter. Hallo, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule also. Wo mag sie sein? Nein, ich will doch nicht raus. Geister. Ja. Du sag. Du sag. Äh, Moment. Oh, ho, ho, ho. Äh, dazu müssten wir zur London-Lond-Farm, glaube ich. Oder wo war das? Geh nochmal hier hin. Stopp, die Rolle. Da, 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 da. Mensch, so lange nicht mal hier gewesen. Aua. So, war das jetzt oben lang, oder war das unten lang? Kommen wir mal erstmal oben. Äh, hier war das schon mal nicht. Aber wir können jetzt, ja, wenn wir einen Moment mal. Gab es hier nicht, 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 haben wir schon. So. Also, Rune. Dann hier hoch, wenn ich mich nicht irre. Und wie es aussieht, irre ich mich. Da, 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 da. Wo muss ich mir sagen? Hier sind vor allem die Jürgensee. Äh, wo muss man lang? Wo muss ich mir hin? Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, ich bin jetzt vorgegangen. Mal sehen, ob ich recht habe. Jetzt gab es doch hier oben rechts... etwas zum hochklettern mit wirbelstaben oder ohne wirbelstaben und da ist auch das herz das meinte wir haben noch zwei wir brauchen zwei jetzt können wir fahrrad mit einem tor zur quelle die steine an der tür ach so die sogenannte quelle ist hier dieser wasserfall ist bestimmt die wasserquelle von hirone gustav sagte dass dahinter etwas liegt etwas zum letzten element führt dass es uns anschauen lieg höh du geil batman ghostrider kann ja nicht umringen mensch haben sich alle hier versammelt windmahl träger der heiligen macht das windesflügel mögen nur noch nicht tragen spaßklar wieder ein windmahl denn eure tricks ihr müsst euch kaum mit versteckten bomben so das wird jetzt vielleicht ein bisschen rassistisch aber ich hoffe es fühlt sich keine aufwendet war nicht böse gemeint so hoch oder ohne probier mal ohne das riecht doch nach falle oder auch nicht aber das riecht nach falle so gibt sie noch gut um schon die peter ja